Hallöchen, meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BattleBlockTheater. Ja, nächstes Level. Oh, es riecht wie ein Fleischstuh in hier. Es macht mich süß und hauptsächlich. Ja, das kenne ich. Okay. Oh, mein Gott, das ist grössig! Fängt gut an. Okay, da ist gut. Oh, mein Gott, das ist grössig! Ja, das Level können... Also, man merkt schon, dass die Folgen ein bisschen länger werden, je weiter wir kommen. Das war sehr, sehr knapp. Ach, Mist, da kommen wir nicht durch. Nein! Ich hasse Timing! Merkt man dezent, glaube ich. Ey! Ich komme da nicht hoch! Jetzt war ich oben. Was? Fettlady? Ich krieg das noch richtig nicht. Ich krieg das noch hin. Ja, ja, ich versuch's ja. Ich kenne schon eine Person, die sich jetzt richtig drauf freut, wie oft ich an dieser Stelle hängen bleib. Alter, ich drück und ich spring richtig an sich. Ich drück doch! Ich drück doch! Ich drück diesen scheiß Knopf! Diesen Knopf! Okay, das war jetzt zu früh. Aber ich drück doch! Oh! Mmh! Warum überrascht mich, dass ich es jetzt schaffe? Achso, da kann ich hoch. Wir haben es gefunden! Sehr schön! Ach! Hm? Au! 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 Dankeschön! Mehr wollte ich doch gar nicht! Au! Ah, ich dusche wieder! Autsch! Aber... dich besiege ich jetzt! Und tschüss! Hehehehe! Okay, dich kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen! Autsch! Autsch! Stirb! 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 Nicht ich! Achso, du bist ja auch da! Und tschüss! Tschüss! Okay! Hm? Was soll ich da... Achso, ich Idiot! Nee! Das ist nicht... Gut! Dann eben so! Ich muss da... Ich muss da... Irgendwas muss ich da draufstellen! Aber was? Und wie? was? Tiefe! Hmm... Hmm... Ah, ich glaube, ich weiß, wie. Ich glaube, ich weiß, wie. Nee, Quatsch. Ach. Nee, das ist aber auch falsch. Ich muss irgendwas da draufstellen, aber wie komme ich da hin? Wie bekomme ich das da raus? Nee. Das ist halt relativ sofort weg. Ja. Ich muss das da draufstellen. Ich muss da durchbacken. Nee, ich muss das da draufstehen lassen. Das ist doch mehr da hoch. Nicht mehr da hoch. Okay. Das ist eine gute Frage, meine Freunde. Ach, leckt mich am Arsch. Ich gehe nach Hause. Sonst wird die Folge ewig lang. Ja, ja, ja. Oh Gott. Das sieht schon wieder so kompliziert aus. Da oben ist ein Schweinchen. Okay, da werde ich gegrillt. Okay, hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Dann muss ich hier lang. Okay. Geschafft. Warum bin ich nicht gegen die Lava gekommen? Ah. So. So. Ein Ticken zu langsam. Haha. Schweinchen. Gut, dann muss ich dich eben da oben liegen lassen. Ja. Verdammt. Das ist knifflig. Wie komme ich da hin? Gab es da unsichtbare Blöcke? Ja. Ah, ein Ticken zu früh. Oh je. Ah, what the f***, Bart. Deinem Kommand. Äh, äh. Moment. Achso. Ah. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Das ist alles, was ich wollte. Das war sehr gemein. Warten, bis alles wieder da ist. Hey. Jetzt kannst du aber wohl mal. Jetzt kannst du aber mal sterben. Sehr schön Dich hole ich mir So Das war natürlich Blödsinn Das war natürlich noch größerer Blödsinn Das war natürlich Oh, wie Masi mit ihr? Das war ja Das war ja Das war ja Oh ja Ich spring nicht hoch genug. Ich spring nicht hoch genug. Schweinchen, komm her. Ich brauch dich mal. Immer eins fehlt. Eine Sache fehlt irgendwie immer. Das Lied mag ich echt gern. Na, ich hab gedacht, da guck mal durch. Ach nee. Hm, da komm ich aber nicht hoch. Geschweige denn da rein. Nee, da komm ich nicht hoch. Gut, daneben nicht. Hm. Ich hab noch keinen einzigen, äh, äh, Juwel. Oh, verdammt. Alter, wie soll man da hochkommen? Ich, Idiot. Ich hab noch keinen einzigen Christ. Oh mein Gott, wie soll ich an den Christall kommen? Egal, mir egal. Komm doch hierher. Ich hab ein Christall. Ich will noch da an... Ach so. Ich, I understand. Leichter gesagt als getan. Oh mein Gott. Oh, das war sehr, sehr knapp. Alter. Verdammt. Mein Gehirn ist... Das kann's nicht mehr verarbeiten. Das kann's... Das kann's einfach nicht verarbeiten. Mein Gehirn ist nicht schnell genug. Okay. Okay, aber ich hab dann eines ein Juwel. Alter. Alter. Scheiß auf alles. Ah, jetzt war mir echt alles egal. Alter, leck mich am Arsch. Aber ich hab's geschafft, meine Freunde. Dann laufen wir noch da hoch. So, und dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Ansonsten abonnieren uns umsonst. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.